Sarah Ferguson und Prinz Andrew wurden 2021 gleich zweimal Großeltern, sowohl von ihrer Tochter Eugenie als auch von deren Schwester Beatrice. Beide wurden zum ersten Mal Mutter. Wir werfen einen Blick auf ihre Schwangerschaften und zeigen die Unterschiede auf. Prinzessin Eugenies Sohn August Philip Hawke kam am 9. Februar zur Welt und die Tochter von Prinzessin Beatrice am 18. September. In den sieben Monaten zwischen den beiden Geburten hat sich in England viel verändert. Am 19. Juli wurde der Freedom Day gefeiert, das Ende sämtlicher Corona-Beschränkungen. Schon allein deshalb erlebten Eugenie und Beatrice ihre Schwangerschaften unterschiedlich. So durfte Beatrice zuletzt uneingeschränkt ihre Liebsten treffen sowie zu Geburtsvorbereitungskursen gehen oder mit Familienangehörigen zu Ultraschalluntersuchungen. Eugenie hingegen verbrachte ihre komplette Schwangerschaft mit den Corona-Beschränkungen, was vor allem weniger soziale Kontakte bedeutete. Außerdem durfte wahrscheinlich nur ihr Mann Jack Brooksbank bei der Geburt dabei sein. Diese fand im Londoner Portland Hospital statt, während sich Beatrice wie auch damals ihre Mutter für das Chelsea und Westminster Hospital entschied. Die Wochen vor der Geburt verbrachte Eugenie mit Jack im Frogmore Cottage in Windsor, wohl um näher bei der royalen Familie zu sein. Beatrice und ihr Mann Eduardo Mapellimozzi leben im St. James Palace, der neben dem Buckingham Palace liegt. Trotz all der Unterschiede dürften Eugenie und Beatrice glücklich darüber sein, dass ihre Kinder in demselben Jahr das Licht der Welt erblickt haben und nun gemeinsam aufwachsen werden.